Hallo, am 7. Juni wird das Europäische Parlament neu gewählt. In Baden-Württemberg werden auch die Kreistage und die Gemeinderäte neu gewählt. Ich bitte Sie heute ganz herzlich, gehen Sie zur Wahl und stärken Sie die FDP. Im Europäischen Parlament hat die FDP-Fraktion mit Silvana Koch-Merin an der Spitze eine hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben im Kreis Tuttlingen mit Klaus-Peter Benzsch einen tollen jungen Kandidaten, der ihr Vertrauen verliebt hat. Für die Gemeinderäte und für die Kreistagswahl treten wir mit den besten Listen an, die wir jemals hatten. Bei der Kreistagswahl mit einer vollen Liste in allen Bezirken, bei den Gemeinderatswahlen wie schon bisher in Tuttlingen, in Drossingen und in Geisingen, neu jetzt auch in Speichingen und in Wormlingen. Darauf sind wir stolz und wir hoffen auch auf den Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger. Wir repräsentieren die Mitte. Wir haben viele Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Altersbereichen, aus verschiedenen Berufsgruppen. Ich bitte Sie einfach ganz herzlich, schauen Sie sich die Prospekte genau an, vergleichen Sie. Und ich bitte Sie natürlich ganz persönlich auch um Ihre Stimme bei diesen Wahlen für die FDP. Sie helfen Ihrer Gemeinde, Ihrem Kreis, unserem Land. Und Sie helfen auch mir persönlich, denn ein guter Erfolg bei diesen Wahlen stärkt auch meine Basis im Kreis, auf die ich allergrößten Wert lege. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.